hallo liebe freunde der leichten beat und tanzmusik wenn ihr dieses video seht dann seid ihr auf lokalo.de und da seid ihr genau richtig vielen dank an lokalo und an die trier für die tolle unterstützung der letzten tage wir sehen uns dieses wochenende 26 27 28 märz in der messeparkhalle zu we love trier